Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von 1x2.com mit mir Alexander Kaiser mit den Experten-Tipps zum Wochenende. Ja und diesmal bleiben wir am Samstag natürlich in Paris-Vincennes. Da haben wir zwei Gruppe 1-Rennen am Ablauf und werden dann noch einen Abstecher am Samstag nach Meydan machen. Der Super Saturday steht dort vor den Toren. Da haben wir zwei Gruppe 1-Rennen und eines habe ich für Sie vorbereitet. Aber zunächst nach Paris, nach Vincennes. Es geht zunächst in eine Reitengruppe 1 der Prix de Centaurin. Prix de Centaur 240.000 Euro ist dieses Monté dotiert und es ist eine Bänderstadtprüfung über 2.200 Meter. Ja, drei Pferde haben 25 Meter Vorteil. Die müssen nur über 2.175 laufen. Das sind die Vierjährigen. Alle anderen Fünf- und Sechsjährigen müssen 25 Meter geben. Ja, die Favoriten kommen aber aus dem zweiten Band. Allen voran Grandville Bleu. Das ist die Lévesque-Stute. Ein absolutes Ausnahmepferd. War im Kondolier Zweiter in der Flande-Goutier. Und zuletzt musste sie gegen Freeman de Guelph für Toto 20 ein bisschen federn lassen. Aber auch hier eine Top-Leistung. Bestzeit von 10-4. Und das Pferd hat zwar zuletzt harte Rennen gehabt, aber das sollte auf jeden Fall der Favorit werden. Hier, Rondelle Durib, zeigte zuletzt mal wieder, was in ihr steckt. Die Stute ist ein Jahr jünger als Grandville Bleu. Lief auch im Kondolier, wurde aber dort disqualifiziert. Disrot, das war ein bisschen zu früh für sie. Aber sie ist ein tolles Pferd und sie wird sicherlich nicht bei 363.000 Euro Sieggewinnsumme bleiben. Aber Grandville Bleu ist jetzt schon hier ein starker Gegner. Die beiden müssen 25 Meter auf das beste vierjährige Pferd IC Ceparie geben. Das Pferd gibt sich ja hier nicht die Blöße. Geht in dieses tolle Rennen rein mit Eisen drauf. David Tourmond, der Partner. Philipp Allaire, der Trainer. Ja, und zuletzt sein zweiter Platz. Aber das Pferd steht schon bei 444.000 Euro Gewinnsumme. Also das ist hier schon wirklich eine richtige Summe. Aber das Pferd muss natürlich deutlich zulegen, was die Zeiten angeht, um hier eine Chance zu haben. Natürlich werden alle Augen auf Grandville Bleu gerichtet sein. Für mich ist aber der Sieger, oder besser gesagt die Siegerin, Hieron Del Durib. Das Pferd hat nicht so harte Rennen im Bauch wie Grandville Bleu. Und Grandville Bleu findet auch immer wieder einen Bezwinger. Deswegen für mich Hieron Del Durib. Mein Tipp für Sie im Prix de Saint-Hau am Samstag in Vincennes. Dann geht es weiter in den Prix de Selection. Auch hier wieder eine Bänderstartprüfung. Und hier die Vierjährigen wieder mit 25 Meter Vorteil. Das Rennen auch hier 240.000 Euro dotiert. Und diesmal natürlich ein Fahrer. Auch hier der Favorit im zweiten Band. Das ist Honek. Und das Pferd musste zuletzt nach dem Amaric gegen ein Basierpferd eine Niederlage einstecken. War fünfter im Amaric. Also eine Tonnelleistung. Von dem werden wir natürlich auch ganz viel sehen in der Zukunft. Hoffentlich. Aber für mich Lagaduc. Das ist sein Fahrer hier. Und der muss doch hier sehr, sag ich mal, taktisch fahren. Und ich denke, das ist für ihn hier eine Nummer zu groß. Aber trotzdem Honek von der Klasse her das beste Pferd in diesem Rennen. Aber 25 Meter. Auf einen Italiano Vero. Und besonders auf einen Hidau de Tila zu geben, ist nicht einfach. Den Duvalistranche hatte ich ja letztes Mal angesagt. Und er gewann gegen Izoat Vedakwe nach einem harten Kampf. Das war wirklich toll, wie die beiden sich duelliert haben. Ist schon 10-7 über 2100 Meter gelaufen. Also Hidau de Tila wird immer besser von Start zu Start. Und auf den 25 Meter zu geben, das ist doch auch für einen Honek sehr, sehr schwer. Ja, auch noch zu erwähnt, Hokaido Giel aus dem Stall von Desois. Aber der Rest ist für mich hier nur Außenseiterware. Für mich ein Höllentempo wird es geben. Aber Hidau de Tila hat alles, was ein komplettes Pferd braucht. Und er kann richtig Tempo bolzen. Deswegen für mich wird sich Honek an ihm die Zähne ausbeißen. Deswegen mein Tipp. Hidau de Tila ein weiteres Mal im Prix de Selection am Samstag in Vonsen. Und dann geht er jetzt weiter nach Meydan in die Vereinigten Arabischen Emirate. In die Jebel hat er ein Gruppe 1 Rennen. Und auch an diesem Samstag in Meydan tolle Rennen. Und ich habe mir dieses Rennen über 1800 Meter auf Gras herausgesucht. Ja, die blauen, wenn man Meydan verfolgt, die größeren, die fliegen hier von Sieg zu Sieg. Und auch hier wieder sind einige Good Dolphin Pferde am Ablauf. Barney Roy, das Pferd kommt vom Oktober 2021. Er hat auch nur einen Start letztes Jahr gehabt. Er hat in Deutschland ja zwei Gruppe 1 Rennen gewonnen. Unter anderem den großen Preis von Baden-Baden. Er hat natürlich was gehabt. Das mahnt natürlich zur Vorsicht. Er hat nur einen Start, wie gesagt, im letzten Jahr. Aber Charlie Appleby, er wird ihn nicht umsonst in diesem Rennen genannt haben. Also der muss schon gut in der Arbeit gehen. Sonst würde er ihn hier nicht laufen lassen. Lord Glitters, der alte Recke, flog mal wieder von weit hinten ran. Und gewann ein weiteres Grupper-Rennen in Meydan. Er schlug dabei Sarkuski. Die beiden treffen sich hier wieder. Er schlug ein weiteres Mal Sarkuski. Denn auch den hat er schon mal geschlagen. Und Sarkuski ist das Hauptfan in diesem Rennen. Also Lord Glitters hat hier sehr, sehr große Chancen, dieses Rennen zu gewinnen. Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr, dann kommt er wieder. Er ist mittlerweile neun Jahre alt. Aber er wird einfach nicht schlechter. Sarkuski, ich hatte ihn schon angesprochen, er ist zehnmal gelaufen. Der sechsjährige, ein Superstar in the making. Haben wir nicht so oft auch auf der Insel gesehen. Aber man wird noch viel von ihm hören. Vielleicht noch einen Außenseiter zu erwähnen. Felix aus dem Chef von Marco Botti. Der war letztes Jahr Dritter am Dubai Turf zu Hohen Otts. Ist aber eigentlich ein Sandspann-Spezialist. Aber er hat hier, wie gesagt, letztes Jahr überzeugt. Ja, Barney Roy ist der Joker in diesem Rennen. Das wollte ich sagen. Da müssen wir mal gucken am Toto, was der steht. Aber für mich Lord Glitters ist auch der Titelverteidiger in diesem Rennen. Und ja, Sarkuski scheint immer wieder die Zähne an ihm auszubeißen. Lord Glitters ist einfach eine Klasse besser. Und für mich hier das Feld überschaubar, muss ich sagen, für ein Gruppe 1. Deswegen für mich Lord Glitters ein weiteres Mal der Sieger im Jebel hatte am Samstag in Maydan. Ja, das war es schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück am Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Besser machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss.